Was geht ab, ihr geilen Fischchen? Willkommen zurück zu der neuen Folge Worms Clan, was? Heute mit Delay oder so, ich weiß auch nicht, was das war. Scheiße. Ja, komm, spül runter. Ach, Alter, da steht keiner von mir, oder? Scheiße. Ab die ganze, alles weg. Alter, der macht uns, der macht uns jedem zwei weg, wenn er es richtig macht. Alles weg, komm. Hm, oder auch nicht. Komplett beschissen. Aber, da kann man ja auf jeden Fall noch mal mitarbeiten. Scheiße, das war zu wenig Wasser einfach, ne? Warte, ein Glück. Okay, ja, das ist doch jetzt auch richtig beschissen. Ich will mit einem da oben dran sein. Warum? Ich hab doch den 150er wegespielt und meinen 150er unten links. Stimmt. Probieren wir mal. Ich glaub nicht, dass das geht, aber ich hab' ich probiert. War geil, wie ich mich gerettet hab. So, erst wolltest du nur mich machen und jetzt machst du wenigstens auch noch. Bist du im Arsch, Peter. Wahrscheinlich geht das jetzt gar nicht weg, oder? Ja, plant mich nach hinten. Ja! Gibt es nicht, war das knapp, ey. Guck euch mal an, wie knapp das ist, ey. So greedy. Ja, ich hab' jetzt eine richtig gute Idee, mal kommt, ob das funktioniert. Wenn ich dran bin. Ne, will ich nicht. Nice. Gib mir Armageddon. Das war auf jeden Fall, äh, okay. Zwei unten. Oh shit, Alter. Wie viele sind von dir da drin? Awesome, Wurf. Einverkackt. Oh. Oh. Ich hab' ich verlammert. Ja, hätt' ich besser machen müssen. Aber von dir sind doch da auch zwei bei. Ja, aber... Einer wird einen retten können. Ja. Und werd halt den anderen opfern. Da dachte ich so, wovon das passiert, opfer' ich halt einfach alles jetzt. Komm. Easy, Master. Yes, Bram King. Alter, was? So macht der den... Schade. Nee. Das war zu viel gewollt. Alter, wir haben das... Ich wollte gucken, ob ich da hochkomme und dann hätte ich euch alle da oben weggespritzt. Das war mein Plan. Alter, Bram, du bist... Aber dafür bin ich noch nicht skillig genug. Okay. Wichtiger, warum der dran ist. Das ist sehr weit weg, das ist gut. Wichtiger, warum der dran ist. Was war denn, ja? Eine Panik wegen dieser Klippe da. Die Klippe ist aber aufgekriegt ne beschissene Rutsche. Nice. Was? Kein Klamage. Wir haben ja fest was von gerechnet. Nein, also... War aber schon Klippe. Ja. Das war schon... Klippe für dich. Jawohl, nice. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Was? Was? Why? Warum freist du Bram überhaupt? Ich bin mir schon zum Bomben. Uhuhuhuhu! Okay, Moment. Kann ich mich hier irgendwie retten? Sicher? Nein. Aber du könnt nur meine Rumpfe... ... vier andere Opfer oder zwei andere. Keine Wasserpistole mehr. Ach ja gut, da kann da Wasser... Aber ja, die große Wasserbombe ist, glaube ich, eh besser dafür. Ja, deswegen. Also mich hat es gewundert, dass mich die Wasserbombe genutzt hat. Ich glaube, die macht mehr Wasser. Die macht mehr Wasser, aber ich hatte gedacht, die reichen... Oh nein, Peter, da gucken wir's hoch. Ja, das weiß ich nicht. Ah. Okay, Peter, aufhört sein, trotzdem. Oh, doch nicht. Oh, Peter hat genau den davon... Aber reicht das? Oh, ein Dreck. Oh nein, er tötet uns da unten auch? Ja, natürlich. Was? Neu... Ah! Ihr Ficker! Das gibt's ja wohl nicht. Ihr Ficker! Ihr Kleid-e-en-Muchlons. Der Target Nummer 1, ey. Ja, das hab ich auf jeden Fall gesplant, das ist ja eh übernehmen. Ihr Kleid-e-Muchlons! Und das ist mir so scheiße, dass mein Schwurm da unterstirren wird. Willst du nicht die 175 mitzunehmen? Aber ich wüsste nicht wie, oder... Äh, nee, glaub nicht, dass... Das wird nicht funktionieren. Das wird ja nicht wie bei mir sein. Ich reiche dir die Hand, Jungs! Kranker Scheiß, hier schon wieder. Ich wollte ja nicht... Ich hab ja absichtlich so geschossen. Das sah ja aus wie ein Fail, aber in Wirklichkeit war das so, dass ich dadurch dann das Wasser gestreut habe mit meinem Wurm unten in die Stirb. Ja, eh gut von dir gemacht. Ja, ne? Schon geil, oder? Das wird jetzt im Weekly Best of Peets mit natürlich rausgeschnitten. Das ist so smart move. Scheiße, da liegt ja der Hintergrund, die Feder. Ach, das ist ja beschiss. Das ist ja die geile Insel für sich. So geil ist die nicht so früh im Spiel. Insel, spät im Spiel ist die geil. Früh im Spiel ist die immer ein Ziel. Ach, geile Kiste auch mal wieder. Was ist denn, wenn es wieder ist? Scheiße, bin ich überall dran machen, Alter. Ja, einfach hochtelefonzieren, was willst du da machen? Auf den Fäder auf den Sack gehen. Nichts schaffen. Krieg freispringen. Selbst größter Feind ist einfach die Insel. Ich hasse Land. Okay. Wo will ich denn hin? Scheiße, ich muss mir vorher Gedanken machen sollen, ne? Okay, warte mal. Kann ich mir irgendwas überlegen, wo ich hin will? Ja, ich hab mich. Ich kann mich nicht teleportieren! Doch, kann ich. Nein, kann ich nicht. Doch, klar kannst du mich teleportieren. Doch, klar kannst du mich teleportieren. Doch, klar kannst du mich teleportieren. Das war klar, kannst du mich teleportieren. Was, ob er sowas tut. Peter hat wirklich durchgeschüssen. Damit ich reiche dir die Hand. Ich dachte so, jetzt kommt jeder Rechstelle. Ja, das Problem ist, wenn ich das jetzt gemacht hätte, kennen wir dann demnächst wieder Wasser an. Oder hab ich das jetzt bekommen? Leben, glaube ich, oder? Richtig, der Hoden ist dran. Ja, ich weiß aber nicht, was ich es bekommen habe. Wenn du verdient hast. Ich weiß nicht, was ich verdient habe. Ich hab nichts unten in der Leiste bekommen. Das ist eh noch nicht freigeschalten. Doch, wenn du bekommst, dann schon. Ja? Oder nicht? Doch, oder? Ich meine nicht. Wenn da oben rechts die gelben müssen, dann hör ich weg, ja. Oh stimmt, da sind jetzt drei Gelbe. Ram versucht Adam zu lecken von seiner geilen Insel. Ja, okay, aber er hat nicht Unrecht. Ich muss sagen, dass er ablenken will. Kriegt das wirklich was? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Naja, wahrscheinlich nicht, oder? Aber du kannst halt eh nicht mehr machen mit deinem Brum. Er kann auch nicht mehr weggespült werden, glaube ich. Ja, aber der ist eh durch diese kleine Lücke da schon schwierig, den wegzuspülen. Wir haben eh alles Wasser jetzt weggeschnudelt. Aber ich hab die 101 Weg so gut platziert, dass Seth da nicht mehr auf den Sack gehen wird. Mit dem Wasser könnte das sein, dass der nicht weit genug fliegt. Aber das bringt mir auch überhaupt nichts. Aber unten. Achso, ja. Das bringt mir Batsch. Eine Rutsche könntest du setzen, ja? Ach, wer jetzt? Ah ja. Das ist unangenehm. Das war sogar Dynamit. Das ist sehr unangenehm. Das dachte ich mir nämlich auch. Nein. Die Mine fliegt natürlich auch. Das reicht aber nicht. Ich glaube nicht. Das hat Seth schon mal gute Arbeit gegen mich geleistet, ey. Ja, das war nicht schlecht. Muss man sagen. Guter Move. Starker Move. Aber dann liegt ja auch noch zweimal Leben. Er spielt mir auch nichts, wenn alle hier aufs Spiel. Eine Rakete nur. Also beide tot, wenn die gut treffen. Ja, dann macht das mal bitte einer von euch. Nee, macht mal nicht. Fände ich okay. Jeder, geh mal nach oben und mach das Fader weg. Ja, geh mal nach oben. Dann machst du ihn jetzt. Hast du den Weg freigeschossen? Das ist doch einfach, weißer Peter. Ich hab keinen Teleporter mehr. Peter, ich reiche dir die an. Dann versuch doch sogar hochzukommen mit Skill. Du hast vorher auf mich geschossen. Hab ich dich getroffen? Ich hab einfach die Rekte geschossen, Peter. Ich hätte auch nach oben schießen können, aber ich hätte mir hier selber Schaden gemacht. Was hält der sich einfach auch nicht? Scheiße. Was hätt ich denn machen sollen? Ja, Jay fokussieren. Da unten, mit dem Wurm da unten. Hier irgendwie. Das ist ja noch mal kreativ. Noch, das Fader, da hätte man ein bisschen was tun können. Das ist. Scheiße. Ja, jetzt hat Jay da oben seine Dreierkonstellation. Jetzt kann ich mal sehen, wie er damit klar kommt. Lass dir kein schlechtes Gewissen da machen, Fader. Das willst du da unten machen? Komm, Armageddon. Ja, deswegen. Ja, nice. Oh nein. Geil, Schmutz. Das ist Rache-Faust, oder so. Also gehen wir doch zu, Peter. Oh nein. Peter, ich werde dich jetzt versuchen, da runter zu springen. TNT reicht doch, oder? Oh, das Feuer fassen, ist natürlich auch sexy. Guck mal, jetzt kann man Bram da runter spülen, hat die Insel für sich alleine. Ja, wie soll ich das schon noch kommen? Ja, also Jay da oben richtig hardcore auf die Null gehen. Äh, na, ich mag mal überlegen, wie ich da unten wegkomme. Sei einfach, Sepp. Kann man riechen ihm gleich. Drei Runden bin ich bei dir, Jay. Krass. Und wieder Sepp versus Imp. Ich werde nicht sagen, aber der Spot da mit den Kisten ist auch sehr lucky. Ja, ich kriege da auch jede Runde einfach eine Kiste. Hallo Peter. Wie geht es dir? Ah, geht so. Oh, tut mir leid. Kannst du denn geiles machen? Oh, die Oma da rüber laufen lassen. Ja, durch die Große. Aber muss er schon mal da rüber, ne? Oh, das ist auch ein Schaf. Oh, das bleibt unten hängen, glaube ich. Jetzt macht er denn das Loch für Sepp da fertig, ey, Mann. Nice. Jeder, ich dachte, wir arbeiten Hand in Hand. Ich bin in die Hand. Muss ich hier leider auf den Sack gehen. Ich überlege ganz schön da, ne? Oh, oh. I am tired of waiting. Ey, was soll das? Nein! Oh, das finde ich gut schon mal. Richtig gut. Weiße. Oh, Schmeidung. Yes, sir. Yes, sir. Ich dachte, das wird reichen. Noch ein Stahlfäger. Oh, mein Gott. Hammer, get on. Hammer, get on. Nee, ist die Bombe. Krieg weg. Richtig nicht. Oh, shit. Schade. Richtig auch gar nicht. Schade. Der Mann ist toll. Aber dann fast würde ihn auf jeden Fall gut kicken. Ich habe das Gefühl, geht nur auf mich. Du hast gerade am meisten Leben. Das ist absolut legit. Ich habe das zu. Also, du wolltest es auf mich gehen. Ich steige dir jetzt hier mein Friendly. Dann nicht. Ich habe keine Mine da gesehen. Ich war auch so das Piepen so. Die war auch unsichtbar. War ein Bug. Okay, Bram. Bei mir war da keine Mine. Auf gar keinen Fall. Das ist doch hier. Also, ich stehe hier richtig beschissen, möchte ich mal ganz gut sagen. Ja, warum? Du kannst jetzt zu Jay rüberschießen da hinten. Ja, ich bleibe hier auf jeden Fall stehen. Nein, bleibe ich nicht. Bleibst das stehen? Nee. Jetzt ist die Frage, jetzt eine Frage, die ich mir stelle. Wer treibe ich denn gut? Oh, das ist eine gute Frage. Nee, das war... Nein, ich trage mich nicht. Das ist doch absoluter Bullshit. Habt ihr gesehen, wie der auf jeden Fall über dich animiert war, beziehungsweise dahinter? Hab ich nicht gesehen. Das sah bei mir nicht so aus. Sehr, sehr leid für dich. Also, das war wie bei der Mine, Peter. Das habe ich halt einfach nicht so gesehen. Ja, komm. Ja, der feedet sich da einfach. Schmeißt ihr da so eine Oma hin oder so? Oh, der gönnt euch beiden. Der war nein. Gut, da habe ich genauso nach unten geguckt, so auf Peter. Peter, ah, guck mal, Peter wollte drei leben, okay. Ja, das zerrichtet auf mich hinab vom Blick. Hi. Ja, was muss ich da Peter kaputt machen? Okay, Bram, ja. Was kann ich dir anbieten in der Position, damit du keinen Scheiß mehr hast? Okay, pass auf, ich habe eine Idee, ja. Oh, die Idee funktioniert. Aber vielleicht funktioniert sie diesmal. Genau, vielleicht möchte sie... Der hat ein einziges Mal in 5000-Fällen funktioniert. Doch, einmal. Einmal. Da ist der richtig geil weggeflogen. Schade. Aber knapp. Der hat aber alle mitfeuern mitgenommen. Naja, das hat einmal funktioniert. Mach mal mit ihm. Nimm doch dein Jetpack, Sepp. Abfahrt. Wird dir doch nicht den Sieg schenken. Aber irgendwie... Warum schenkst du mir den Sieg? Come on in. Peter, du musst einfach den Fokus richtig setzen, ja? Was ist denn jetzt für eine Scheiße? Du musst einfach den Fokus richtig setzen. Was? Was? Du solltest auf... Du solltest auf Jake gehen. Gefällt mir jetzt aber nicht, was da gerade passiert ist. Da gucke ich so wieder den Abgrund hin. Und dann ist Peter auf einmal weg. Gefällt mir auch nicht. Ich weiß nicht, was Sepp hier wieder für ein komisches Spiel spielt. Mich komplett am fertig machen. Teleportier dich doch jetzt endlich mal in Sicherheit. Sonst kann ich nicht. Ich hab keinen Teleporter. Ja, dann kauf dir einen. Kann ich mir nicht leisten. Mit dem Schwung. In einmal. Oh yes. Das, was Bram nicht geschafft hat, das macht Peter jetzt. Ja, mach ich jetzt auch. Mach mal, Peter. 14 Sekunden noch. Wird dir gönnt. Das war so knapp. Aber richtig knapp. Oh, das war wirklich knapp. Nur der Winkl war falsch. Blub, 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 blub. Ich hab's dir gegönnt, Peter. Ich hab's dir gegönnt. Das war richtig. Wann, 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 wann. Nice. Okay, das war lustig. Ich hab's dir nicht Zeit für das. Come on. Ich hab' das Gefühl, der will dich da weghaben. Warum denn ist der Armada da, ähm? Ich glaube, ich verlasse vorzeitig das Spielpulenz. Ah, nee, wann, was hast du denn jetzt? You're not even trying. Brauchst du mir einen Schutz? Das ist aber lieb. Okay. Geil, oder? Kann Peter nicht einfach den Schutz ausmachen? Oh, ich hoffe nicht, dass er nichts da rausfasst. 100% pass ich da raus. Heißt du? Also ich wünsch jetzt auch eher so da drauf wetten. Ich hör' mal, weißt du, alle gehen auf den Feder. Ich find das eine Frechheit. Ich find das auch eine Frechheit. Ich hab' den da echt gut überleben lassen. Ich hab' den schon zweimal angreifen können, den Wurm. Komm, du kannst nicht meine Öffnung mitten aus. Ja. Bin da auf der Federseite. Das ist mein Baby. Mach genau das, was ich möchte. Er landet im Wasser. In dem Wasser, Ding. Stopp. Oh Gott. Oh, Scheiße. Was ist das denn? Der zweite Bouncer sollte bei dem 83er abprallen. Damit die Kistix beurteilt er nach rechts weg, weil er mit rechts auf der Insel frei ist. Aber war schwierig. Geh mir jetzt zu. Ich bin bereit. Okay, vielleicht sind wir jetzt ja hin. Ich bin hier keine Mine zu übersehen. Jetzt sind wir da Teleporti-Gun, ey. Das kann ich ja hin. Ich hab' den, oder? Okay. Hurry. Und wieder eine Save-Damage. Ne, diesmal nicht. Sind wir kürzlich. Kepler-Smith. Underground. Entschuldigung, ich komm' da wieder oben. Peter, ihr habt dir so'n schönen Schutzpunkt eingesellt. 200er-Tab ballern würdest. Wollte erst mal das Leben, Peter. Könnt ihr mal. Ja, mach' ich doch. Ja, gönn' dir. Lol. Das war nicht der Plan. Mega, das ist noch besser für den 36er. Du musst den 36er halt nur nach rechts ballern. Damit der auf den 200er fällt. Ach, Peter. Was ist denn das jetzt? Stell' ich doch nicht in das Loch rein. Ja, das ist ja das. Scheiße, das macht. Oh, der hat jetzt 5 Uhr. Aber ich war jetzt mal sick von der, äh, Dinges. Dass du einfach auf mich geschossen hast, Peter. Ja, ich weiß, das war auch echt so'n bisschen backstab-mäßig. Das tut weh. Verstehe ich. Ich hab' so viel geholfen. Ich wollte aber das Spiel ein bisschen ausgleichen. Ich hab' dir so viel geholfen. Aber du musst mich aufs Loch stellen? Da, weil ich jetzt hier so geil auf Jay gegangen bin, Sepp, darfst du mich nicht da wegschießen. Ja, ich will dich da auch nicht wegschießen, aber ich muss hier irgendwie raus, ne? Aber ich werd' versuchen, dich nicht zu treffen, Peter. Also fick' dich. Oh Gott, ich glaub' das Loch wird der Öffel. Aber vielleicht gibt's doch so'n Löffel ab, schon vorher. Ja, ich glaub' auch. Oh ja, ich glaub' ich glaub' meine Öffnung ist jetzt offen. Ja, für die Schuld. Und für Bram auch. Danke, Jay. Warte, was macht ihr da wieder? Was macht ihr jetzt alle davon, dass ihr da nur auf mich geht? Wollen wir weiter auf Jay gehen? Wollen wir weiter auf Jay gehen? Mir gefällt mir. Na, mach mal ruhig. Dann ist das bald so. I appreciate it, nur, dass du der krasseste Spieler und Planet bist ja. Das ist richtig. Zumindest auf der Insel. Ich glaub' ich nur noch mal gewinnen, ey. Oh ne, doch nicht. Das ist noch mal gesessen. Na, da war er dran. Und der hat keinen Wurmwechsel mehr. Und ich hoffe einfach, der hat keinen bekommen. Oh. Aber hat er Geld? Ne, Geld hat er auch nicht wirklich, ne? Das ist lieber ein Kisten. Ich muss mich mal echt beeilen, hier rauszukommen. Was geht ab? Was geht ab? Let's go. Hm. Oh Gott. Das war gut. Easy. Ja. 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 Ich mach' ich einen Wurm ab, der sich nicht bewegen kann. Geil. Das kannst du ändern. Du hast noch vier Würmer. Und drei. Das ist schon ganz schön viel. Der war da drin. Komm schon. Aber noch vier. Wie wär's? Ach Peter, komm bitte nicht. Mach doch da einfach den Bullen jetzt noch dran. Ich muss hier wieder raus vielleicht auch. Ey, du kannst doch gleich. Stell dich einfach über die 18er. Das ist geschiss mir alles. Doch, mach ihn einfach weg mit einer Dynamitgranate. Ja genau. Dann sprichst du nach rechts weg. Hä? Warum, Peter? Ich kann doch nicht. Du hast ihn auch Peter gewechselt. Ich hab' dich jetzt getötet sonst vorher. Peter hast du auch getötet, Sepp. Da brauchst du gar nicht mit dem Finger auf Peter zeigen. Oh, Peter. Was heißt denn Backstep? Sepp, Sepp hat doch auf Peter, er ist doch auf dich gegangen. Ja, ne, das stimmt. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt hier gerade hätte machen sollen. Wird's einfach JD den 18er was legen können? Ja, aber dann hätte ich den nicht weggekonnt. Was soll ich das machen? Ja, ihr geht die ganze Zeit nur auf mich. Ja, ihr geht die ganze Zeit nur auf mich. Ja, du hast ja auch vier Würmer. Natürlich gehen wir auf dich. Boring. 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 Der hat sich nicht bewegen kann. Mega Position. Oh, mein Gott. Mach offen da jetzt. Ja! Mach offen! Für die 145! Der macht auf jeden Fall offen. Boring. Endlich! Boring. 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 Das tut mir leid für mich. Ja, ich leide mich auch selber. Ich dachte dir, du hättest einfach den Bullen auf Bram schmeißen sollen. Nee, dann hätt ich auch immer noch ne Scheißposition gehabt. Ich wollte nicht so weit unten sein. Jetzt hättest du noch überlebt. Dann wärst du wieder dran gewesen. Geil. Ich hab mein Wochenziel erreicht. Sehr gut. Ich hab das nun im Krieg. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Oh, Mann, 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 Mann. Ich hab das noch nicht gemacht. Oh, nee, den. Das könnte halt unser Druck sein, dann. Ja. Ficker. Ich hab eine gute Idee gehabt, oder? Ihr Ficker. Boah. Ihr Ficker. Das war übel. Das war übel, ja. Die Stimme gefällt mir. Die Spide auf mich, ihr Ficker. Wenn du den machst, mach ich den anderen. Schade. Wenn du den machst, mach ich den anderen. Den hab ich nicht gemacht. Mach den und ich mach den anderen. Den unter mir? Ja, mach den unter dir und ich mach den anderen. Was machst du denn? Jetzt fragt mich das auch. Was hauen wir da mal drauf? Ja, Bananen halt. Das ist aber schwer. Die sind einfach drauf. Das war eh kein Egel mehr. Ich hab doch grad ne Kiste eingesammelt. Ja, das war kein Egel. Der Esel muss immer direkt benutzt werden, ey. Ich war die Kiste hier. Das ist jetzt in ihrem Egel. Da. Auch so schlecht. 4. 2. 5. 5. 5. 5. 6. Gucken wir mal, ob die da liegen bleibt. Wäre mir aber egal. Bram hätte das verdient auch. Dann halte ich auch für schwer. Dann halte ich auch für schwer. Nope. Nicht mal ansatzweise fick die soweit. Ich gehe mit meinem Schiff unter. Okay Bram. Also ich kann eigentlich nur noch in den Tod sprengen. Ja, aber das hast du auch schon mal gemacht. Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Aber da stand ich auch an der Klippe oder so. Du musst doch gar nichts mehr machen. Ich stehe nicht mal an der Klippe. Ja doch, ich will jetzt hier... Also ich werde nicht einfach nur durch nichts tun gewinnen. Wenn, dann will ich dir auch noch eine richtig geile Bananen in die Phrase dürfen. Verstehe ich. Okay, die hat gehintet auf jeden Fall. Yes! Victory! So will ich ja auftauchen in der Statistik. Meister Gegner schon. Meister ledigte Wurmfreunde. Meister eingesetzte Tiere. Ich bin aber auch ein Tier. Ich habe ja auch mit der einen Banane meinen geopfert. Also ein Viertel deines Teams hast du geopfert. Das war ja schon sinnvoll. In dem Moment. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao. Ciao! Tschüss!